Hallo. So, ich hoffe die Kamera geht noch eine Weile. Das Video kommt noch zu spät, weil die Kamera nicht aufgeladen war. Das schlingt schon ein wenig. Da war ich ziemlich aufgeregt. Bin hin und her gelaufen und dachte mir so, scheiße, gleich geht der Stream schon los. Der Stream startet heute um 18 Uhr. Wir machen weiter die Placements. Hier stehen jetzt 3, 4. Also ich stehe 3, 4. Warum und wie so und weshalb. Für die, die es nicht gesehen haben, ich werde die Games wieder auf YouTube hochladen. Das sollte kein Problem sein. Das kriegt ihr dann hin. Das kriegt ihr auch noch mit. Hinten läuft er wieder auf dem Dach rum, Alter. Seht ihr das? Ich kann nichts sehen, weil die Kais Kamera blendet. Aber hinten wird wieder auf dem Dach rumgelaufen. Nackt natürlich. Kräftig gearbeitet. Nein, der ist doch nicht nackt. Aber naja. Was ich noch sagen wollte ist, wir brauchen irgendwas für die 125 Subs. Das kommt jetzt alles irgendwie ein bisschen auf einmal. Ihr macht einfach die 125 Subs. Ich dreh durch. Und in zwei Tagen habe ich Geburtstag und es ist mega windig. Ich gehe mal einfach wieder hin. Zack. Ja, und dann habe ich einfach mal Geburtstag in zwei Tagen. Am 22. werde ich 22. Und dann mache ich natürlich auch einen Stream. Und da habe ich mir gedacht, ich streame einfach von 15 Uhr bis 3 Uhr nachts. So 12 Stunden für euch. Und ich denke, von 15 bis 3 Uhr nachts werde ich möglichst alle erwischen, die irgendwie noch irgendwas zu tun haben am Freitag. Und ja, das war so mein Plan. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich und Freitag auch. Und hau da rein. Bis gleich.